Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo mit einer Analyse zu fünf Short Squeeze Kandidaten von der 10x Watchlist. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video mit der Grafik Smart Money vs. Dumb Money. Wir haben am Sonntag im Marktbriefing darüber gesprochen, dass wir hier möglicherweise die Beginne sehen von Gewinnmitnahmen bei den institutionellen Anlegern. Diese Gewinnmitnahmen, die setzen sich jetzt aktuell fort. Wir haben eine leichte Seitwärtsphase beim S&P und sehen aber gleichzeitig, dass vor allen Dingen die Nebenwerte sehr stark steigen. Aktuell, wir sehen einige Short Squeeze im deutlich zweistellig prozentualen Bereich. Auch der Russell 2000 ist heute sehr, sehr stark. Wir sehen große Stärke auch im Kryptobereich. Und das hatte ich am Sonntag so ein bisschen angesprochen im Marktbriefing, wenn ihr euch erinnert. Ich hatte gesagt, so ein bisschen wenig Hype ist mir noch im Markt. Gerade so die Aktien, die die Kleinanleger gut finden, so die Nebenwärte. Gerade da war mir ein bisschen zu wenig Musik drin. Denn dieser Bereich springt jetzt an und das ist für mich durchaus die Phase, wo ich eben dann so ein bisschen vorsichtig wäre, wenn ein bisschen was zu sehr nach oben eskaliert. Durchaus mal auch Gewinne mitnehmen, ein bisschen Umschicht und mir eben durchaus auch im Klaren bin, dass der März durchaus volatil werden kann. Saisonal jetzt eher eine Phase, auf die wir dann entsprechend achten müssen. Auch vor allen Dingen, weil wir eben sehen, dass sich vor allen Dingen und darüber werden wir nachher auch bei der Chartanalyse sprechen, die Zinsen am Rentenmarkt zumindest jetzt noch sehr hartnäckig halten. Wir kommen zum Wirtschaftskalender. Heute gab es das CB-Verbrauchervertrauen und das hat sich deutlich abgekühlt. Vor allen Dingen auch im Vergleich zur Prognose. Ist natürlich auch so ein kleiner Indikator, dass möglicherweise die Wirtschaft nicht so kocht, wie man es aktuell auf dem Schirm hatte. Weniger Verbrauchervertrauen kann dazu führen, dass weniger konsumiert wird und das würde auch weiter eher Druck von der Inflation nehmen. Wobei wir ganz klar dazu sagen müssen, der Hauptbestandteil bei der Headline-Inflation in den Vereinigten Staaten, warum sie sich auch so hartnäckig über 3% hält, das ist ganz klar auch der Mietbereich. Morgen gibt es das Bruttoinlandsprodukt, die überarbeitete Version vom vierten Quartal und am Donnerstag gibt es dann die Einzelhandelsumsätze und die Arbeitslosenquote sowie die Inflationsdaten aus Deutschland. Und hier erwartet der Markt bereits eine Headline-Inflation von 2,6%. Am Donnerstag gibt es dann auch entsprechend die PCE-Kernrate und da schaut die FED ganz besonders drauf und da bin ich sehr gespannt, was wir für Daten bekommen und wie das Ganze dann eben vom Markt aufgenommen wird. Wir wissen, der Anleihenmarkt ist aktuell eher etwas vorsichtiger, die Zinsen eher wieder am oberen Level. Wir haben hier viel Angst im Markt derzeit und möglicherweise führen hier dann etwas kühlere PCE-Kerndaten dazu, dass der Markt wieder ein bisschen optimistischer wird. Auch gerade, was das Thema Zinssenkungen angeht, habt hier ganz klar den Donnerstag um 14.30 Uhr auf dem Schirm, das wären wichtige Daten. Und am Freitag gehen wir dann aus der Woche noch mit den Einkaufsmanager-Indizes im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland, in den Vereinigten Staaten und in China. Und um 11 Uhr gibt es den Verbraucherpreisindex in der Eurozone und hier rechnet der Markt auch mit 2,5%. Also ihr seht, in Deutschland und in der Eurozone sind wir schon tief unter 3% und ganz nah dran am 2%-Ziel der Notenbanken. Und auch bei den Earnings ist es durchaus spannend in der aktuellen Woche, allerdings eher im Bereich der Aktien aus der zweiten Reihe. Gestern Himson Hearst nachbörstlich mit einem massiven Shortsqueeze-Aktie war heute auch im Aktienvideo. Heute vorbörstlich gab es dann unter anderem die Zahlen von Autosone und Lowe's. Morgen vorbörstlich wird es dann spannend, da schauen wir unter anderem auf die Zahlen von Baidu und Novavax. Novavax heute auch im Aktienvideo dabei. Morgen nachbörstlich dann weitere Aktien, die wir heute im Aktienvideo hatten, nämlich Marathon Digital Holding, Snowflake, CRM, also Salesforce, AMC, C3, AI und Okta. Am Donnerstag vorbörstlich dann Börsen-Neuzugang Birkenstock mit den Zahlen sowie Polestar. Und nachbörstlich schauen wir unter anderem auf C-Scaler und Dell. Und am Freitag gibt es einen weiteren sehr spekulativen Nebenwert mit Zahlen, unter anderem Plug Power. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und damit kommen wir zur Chart-Analyse. Wir beginnen mit den Rohstoffen und schauen zuerst auf WCI Crude Oil. Wir sind hier weiter in dieser Range zwischen diesen 76 bis 76,50 und an der Oberseite 78 bis 79 US-Dollar. Die Preis-Action zuvor war eine v-förmige Erholung, jetzt hier möglicherweise das höhere Tief. Aber dafür braucht man auch den Breakout aus den 79 bis 80 US-Dollar, keine Frage. Dann kann der Ölpreis hier durchziehen in Richtung 82 bis 84,85 US-Dollar. Dort dann der nächste harte Widerstand. Und bearish wird Öl, wenn wir hier quasi die Range nach unten brechen. Dann gibt es mindestens den Backtest der 74 US-Dollar, gegebenenfalls auch den Breakdown dieses Trend-Kanals. Aktuell muss man ganz klar dazu sagen, völlig neutrale Preis-Action hier jetzt auch derzeit vor allen Dingen genau auf der 200-Tage-Linie mitten in dieser Handels-Range. Wir kommen zu den NatGas-Preisen. Hier gibt es heute ein schönes Plus von knapp 12 Prozent insgesamt. Man muss dazu sagen, es gab auch den Kontraktwechsel. Allerdings hatte die 8-Stunden-Kerze hier um 8 Uhr uns nochmal einen schönen Dip-Intraday gezeigt. Also hier durchaus handelbar. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, über dieses Doppelboden-Pattern, der Breakout. Aus der Neckline hier wieder aus dem Bereich der Harmonics ist dann entsprechend das Kaufsignal. Und heute gab es auch hier nochmal den Backtest. War auch die Aussage für die Mitglieder im Discord, in der Rohstoffanalyse. Wenn wir hier nochmal den Breakout testen sollten, dann könnte man hier was probieren. Keine Kurse mehr unter 1,66. Also hier nicht mehr unter dem 20er-Schnitt im 8-Stunden-Chart. Und jetzt schauen wir mal. Aktuell sind wir an der 20-Tage-Linie. Sind auch hier aus dem Scheitelpunkt ausgebrochen. Jetzt keine Kurse mehr unter 1,78. Und dann ist mein Ziel hier für den Gaspreis im Bereich dieser Harmonic 78er, 88er Fibonacci. Das wären hier Targets zwischen 2 US-Dollar und sogar 2,10 Dollar. Und vor allen Dingen der Breakout aus den 2 US-Dollar. Wenn das danach hier Support werden sollte, das könnte ich mir dann durchaus vorstellen. Als weitere Chance für deutlich mehr Upside beim Gaspreis. Aber jetzt aktuell nicht mehr hinterher springen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier im Rahmen von diesem ersten Impuls auch am wichtigen Widerstand angekommen. 20-Tage-Linie kann hier jederzeit nochmal dippen, um hier bullisch zu bleiben. Gaspreis jetzt nicht mehr unter 1,70 Dollar. Wir kommen zum Goldpreis. Und hier sieht es ein bisschen danach aus, als würde der Goldpreis hier an dem Breakout arbeiten. An den 2035 bis 2037 US-Dollar gibt es hier drüber. Vier oder acht Stunden Schlusskurse. Dann Zielzone 2049 bis 2067 US-Dollar hier oben. Was ich wirklich bräuchte für einen übergeordnet frischen Call, dass wir hier neue Targets auf dem Schirm haben. Das wäre danach eine Konsolidierung über den 2070. Aber schaut euch das aktuell hier ruhig mal an. Was hier Widerstand war, die Zone von 2030 wird jetzt hier gerade zum Support. Genauso wie wir es zuletzt gesehen haben. Das ist hier ein schöner Aufwärtstrend. Was wir jetzt eben nicht mehr sehen wollen, sind entsprechend vier oder acht Stunden Schlusskurse unter 2025, 2027 US-Dollar. Dann gibt es hier den Trendbruch und Gold geht eben von hier in eine Korrektur. Und wie gesagt, wenn wir hier diese Levels rausnehmen, dann haben wir durchaus hier nochmal ein bisschen mehr Upside auf dem Schirm. Vor allen Dingen auch hier von dem letzten Rücksetzer 78er, 88er FIBO. Das sind die 2050 bis 2060 US-Dollar. Und wie gesagt, Deckel drauf. Und wenn es auch mal einen kleinen Dip drüber gab letzten Endes. Aber im Prinzip, Deckel drauf ist beim Goldpreis. Bis wir nicht wirklich deutlich eine Konsolidierung drüber sehen bei 2070 US-Dollar. Und damit kommen wir zum absoluten Star des Tages. Und das ist natürlich der Bitcoin. Ein gewaltiger Squeeze. Acht-Stunden-Chart hier auf dem Schirm. Und wir haben in den letzten Tagen immer wieder über diesen Trendkanal hier gesprochen. Und vor allen Dingen auch über diese ganz flache Konsolidierung. Ich bin natürlich weiterhin extrem stark auch investiert im Kryptobereich. Aber ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass das hier zu optimistisch ist für die Bullen. Nach dieser massiven Rallye, diese ganz flache Konsolidierung. Aber der Markt hat uns jetzt hier gezeigt, wo es lang geht. Breakout aus dem Abwärtsrennen. Und schaut euch mal diese Perfektion wirklich an. Man kann es nicht anders sagen. Breakout aus diesem Abwärtsrennen. Und das war hier der Trigger. Die Acht-Stunden-Kerze, die hier ausgebrochen ist. Hat sich nochmal kurz Widerstand abgeholt am Trendkanal. Die nächste ist ausgebrochen. Und danach ging es jetzt hier wirklich senkrecht nach oben. Herrliche Preis-Action von diesem Support. Bitcoin 13%. Im Plus, wichtig, ganz wichtig. Aktuell, wenn wir uns das große Bild anschauen beim Bitcoin. Und das sollte man aktuell definitiv tun. Dann haben wir hier die Allzeithochs runter ans Tief. Jetzt sind wir hier ganz genau auf den Punkt. Und wir haben uns gerade die Konsolidierung hier angeschaut. Auf den Punkt genau. Am 78er Fibonacci angekommen. In der gesamten Downside 57.534. Hier brauche ich jetzt entweder eine Konsolidierung. Und die darf auch gerne ein bisschen schärfer ausfallen. Die darf hier nochmal voll reingehen. Auch in dieses Abwärtstrend, Aufwärtstrend. In dieses kleine Y. Hier dürfte der Bitcoin reindippen. Drunter. Und dieser Aufwärtstrend vor allen Dingen. Das haben die Bulls jetzt definitiv nicht mehr auf dem Plan. Dass wir hier nochmal diesen Trend brechen. Das war jetzt sehr optimistisch. Konsolidierung ist erlaubt. Aber dieser Aufwärtstrend seit dem Januar tief. Der muss jetzt intakt bleiben. Und wenn sich hier eben eine weitere Struktur eines weiter aufsteigenden Dreiecks eben aufbaut. Wenn wir jetzt hier ein bisschen seitwärts gehen. Und am 78er Fibonacci. Und dieser Aufwärtstrend kommt dann nächstes Ziel hier oben. 62.889 US-Dollar. Und hier muss ich wirklich dazu sagen. Hier wird sich dann wirklich die Spreu vom Weizen trennen. Ob hier das Ganze nur eine ganz große Gegenbewegung war. Und wir dann hier am 88er Fibonacci nochmal hart dippen sollten. Das muss man definitiv auf dem Plan haben. Meine Meinung ist aber, brechen wir hier aus dem 88er Fibonacci aus. Dann macht der Bitcoin Allzeithochs. Und das dann vermutlich sogar auf absehbare Zeit. Und das nächste Ziel und das erste Ziel im Rahmen von Allzeithochs wäre dann hier oben. 83.559 US-Dollar. Ein sagenhafter Aufwärtstrend. Vor allen Dingen auch nochmal hier seit diesen Tiefs zwischen August und Oktober. Hier habe ich einen Großteil von meinen Positionen aufgeladen. Ein absolut sagenhafter Aufwärtstrend. Aber jetzt natürlich heiß gelaufen. Und deswegen habt ihr es auf dem Schirm und schaut euch hier wirklich nochmal im Detail kurz an, wie akkurat hier das 78er Fibonacci regelt. Wirklich eine Punktlandung auf diesem Level. Wichtiger, wichtiger Widerstand. Konsolidierung ist erlaubt. Dip ist erlaubt. Alles ist hier jetzt prinzipiell erlaubt nach diesem Impuls. Nur wichtig, wenn wir hier ausbrechen, dann nächstes Ziel. 88er Fibonacci. Und dann gibt es den Bitcoin sogar wieder über 60.000 US-Dollar. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da. Abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Damit kommen wir zum US-Dollar-Index, zu den Zinsen und zum Volatilitätsindex, unseren Risikobarometern. Wir beginnen mit dem US-Dollar-Währungsindex. Und das könnte hier wirklich, muss man wirklich dazu sagen, spannender. Kaum sein. Ein Support, 200-Tage-Linie, Widerstand, unser Abwärtstrend. Extrem spannende Preis-Action hier beim Dixie, vor allen Dingen, weil es so wichtig ist. Wir sehen derzeit, dass vor allen Dingen die Risiko-Assets hier diesen Abverkauf jetzt beim Dollar und diese Schwäche ein bisschen feiern. Gibt es jetzt hier einen Shorts-Quiz beim Dollar, dann würde sich das durchaus belastend auswirken. Gerade für die Aktien aus der zweiten Reihe, gerade für die spekulativen Wachstumswerte, aber natürlich auch im Krypto-Bereich und bei Gold. Und wenn wir natürlich jetzt aber auch hier den Breakdown sehen unter die 200-Tage-Linie, dann ist hier sehr wenig Support auf dem Bereich um 103. Und dann kann die Party in diesen Bereichen sich entsprechend eben nochmal fortsetzen. Und es ist schon beeindruckend, wie dieser Abwärtstrend jetzt hier hält zum aktuellen Zeitpunkt. Letzte 8-Stunden-Kerze wollte wieder drüber, war wieder der Deckel drauf. Und ich bin sehr gespannt. Absolut Make-or-Break-Situation hier beim Dixie. Morgen gibt es hier meiner Meinung nach entweder eine impulsive Bewegung nach oben, dass wir hier sehen, dass der Abwärtstrend bricht. Und wir den Dollar dann im Bereich mal mindestens der 20-Tage-Linie sehen. Oder wir sprechen morgen darüber, dass sich der Dollar hier in Richtung 50-Tage-Linie und 103 verabschiedet. Und ähnlich spannend ist das Bild auch bei der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe. Hier hat sich jetzt technisch zu gestern nicht viel verändert. Wir haben darüber gesprochen, das Rising Wedge ist gebrochen. Der Backtest dieser Struktur hat stattgefunden. Und jetzt sehen wir allerdings eine Bewegung, dass die Zinsen uns eher weiter steigende Tiefs hier anzeigen. Derzeit sind wir bei 4,291%. Heutiges Tageshoch bei 4,303%. Wichtig ist aber übergeordnet. Solange hier dieser Deckel drauf ist, ist das eher nicht beängstigend, sondern die Zinsen hier wirklich nach oben schmelzen sollten. Wenn wir beispielsweise jetzt am Mittwoch heiße PCE-Kerndaten reinbekommen oder am Donnerstag, wann wir die Daten eben bekommen, Mittwoch oder Donnerstag. Dann müssen wir auf dem Schirm haben, dass das durchaus gefährlich wird für den Markt. Aber auch hier bietet sich natürlich jetzt nach diesem Strukturbruch von diesem Rising Wedge nach wie vor auch die eingezeichnete Projektion, dass die Zinsen eben dann hier Impuls, dann hier nochmal rauf, der Backtest, um dann eben doch runter zu kommen. Und das wäre natürlich dann eher Bullish für die Risiko-Assets. Wir kommen zum Volatilitätsindex und der zeigt uns weiter fallende Tendenzen. Und das sieht man eben, das tut auch vor allen Dingen den Aktien aus der zweiten Reihe gut. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, dieses Island-Reversed hier oben, Gap nach oben, Gap nach unten. Und das spielt sich jetzt hier aktuell auch wunderbar aus. Jetzt sind wir allerdings an einer sehr wichtigen Zone für den Wichs und zwar hier bei den 13,5-20-Tage-Linie. Hier müsste er drunter und vor allen Dingen dann in Richtung 12,7 und dann auf neue Tiefs fallen. Das wäre dann wirklich nochmal ein Trigger, dass sich die Party nochmal so richtig beschleunigen kann. Hab es aber auf dem Schirm. Wir waren hier schon mal bei diesem Gap. Das ist hier im Endeffekt der Trigger gewesen, um hier auszubrechen. Wir sind wieder genau hier, wo sich der Wichs zuletzt beschleunigt hat. Make-or-Break-Situation hier auch beim Volatilitätsindex. Hab es auf dem Schirm. Wenn wir über 13,8, 14, 14,5 von hier wieder steigen sollten, das könnte durchaus einen empfindlichen Dip auslösen. Wichtig aber auch, derzeit ist die Tendenz weiter fallend. Und wenn wir hier nicht wirklich klar aus der 20-Tage-Linie ausbrechen, dann muss man sagen, ist möglicherweise sogar Primärszenario aktuell, dass der Wichs hier noch etwas mehr Downside hat. Und damit kommen wir zu den Indizes und die sind heute größtenteils unverändert. Nur der Russell 2000, der zeigt uns Stärke. Darüber werden wir dann aber auch gleich sprechen. Der S&P 500 ist hier nach wie vor in seinem lokalen Abwärtstrend. Wir sind jetzt hier auch knapp unter die 5070 Punkte gefallen. Aktuell 5068 haben wir hier aber eingezeichnet. Und das hier ist entsprechend unsere Zielzone. Der S&P 500 darf sich die 5050 abholen, darf meiner Meinung nach aber auch auf die 5030 dipten. Nur unter 5030 möchte ich ihn nicht mehr sehen. Das ist von der letzten leichten Abverkaufssituation, dann hier das 88er Fibonacci. So etwas darfst du immer backtesten, um danach dir ein weiteres, höheres Tief abzuholen. Aber übergeordnet, wenn man neue Hochs gesehen hat, möchte ich eigentlich nicht mehr unter das 88er fallen. Ansonsten müssen wir hier zumindest mal einen Dip auf dem Schirm haben, Richtung 20-Tage-Linie. Hier potenziell dann aber auch den etwas stärkeren Dip in Richtung 4920. Und es bleibt dabei, das waren die letzten Abwärtstrends. Das sind Kaufgelegenheiten, die hatten bislang im übergeordneten Bild neue Hochs zur Folge. Und das werden wir auch weiterspielen, solange bis uns der Markt vom Gegenteil überzeugt. Und das heißt hier ganz klar, wenn dieser Konterabwärtstrend hier brechen sollte, dann ist das nächste Ziel für den S&P 500 5130, 40 potenziell dann sogar der Beginn der großen Zielzone hier oben bei 5180 Punkte. Muss aber dazu sagen, aktuell geht die Konsolidierung hier beim S&P 500 noch weiter. Achtet hier ganz genau einmal auf das Level hier 5070, aber dann hier auch gerne auf die 5050. Da bin ich gespannt, wie der Backtest von diesem Top vom 12. Februar ablaufen würde. Und eine ganz ähnliche Situation sehen wir auch beim Nasdaq 100. Da haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Wir sind aus dem Abwärtstrend hier ausgebrochen. Haben auch kurzzeitig hier oben ein neues Allzeithoch gesehen bei 18.097. Das war am Freitag. Und seitdem sehen wir hier auch eine ganz milde, muss man aber dazu sagen, nach diesem gewaltigen Impuls jetzt hier eine ganz milde Konsolidierung. Zur Downside darf er sich abholen. Auch noch den Bereich um 17.825. Darf auch hier den Breakout aus diesem Abwärtstrend hier antesten. Das sollte dann aber einen scharfen Bounce eben entsprechend triggern. Und dann braucht man natürlich auch neue Hochs. Die Zielzone für Nasdaq ist dann weiterhin hier im Bereich 18.141 bis 18.366 Punkte. Gibt hier auch relativ wenig aktuell dazu zu sagen. Etwas kritischer muss man es beurteilen, wenn der Nasdaq hier unter diesen Abwärtstrend zurückfallen sollte und danach auch die 17.670 rausnimmt. Das wäre dann kritisch. Dann hätten wir hier im Chart potenziell eine Situation von einem Doppeltop, wobei man dann auch dazu sagen muss, Support, dann wird es eben hier im Endeffekt eine etwas größere Handelsrange. Dann sehen wir auch wieder Support-Situationen hier im Bereich 17.500 bis 17.330. Da ist zur Downside schon wirklich allerhand geboten. Nur wenn wir dann wirklich mittelfristig einen gewissen Strukturbruch sehen sollten, wenn wir wirklich sehen, alles klar, wir kommen hier eben nicht mehr raus aus fallenden, hochfallenden Tiefs, dann müssen wir auch mal das Thema Korrektur ansprechen. Aber jetzt hier lokal muss man einfach ganz klar dazu sagen, das sind auch noch keine Verkaufssignale. Das ist natürlich ein Markt, der nach einer mehrmonatigen Rallye ein bisschen müde ist, jetzt hier vor allen Dingen im Big-Tech-Bereich. Wir haben noch keinen klaren Breakout gesehen auf neue Allzeithochs und den brauchen wir eben, um hier wirklich nochmal einen Impuls dran zu setzen. Und das zeigt hier uns ganz klar auch an, wir brauchen vier Stunden und acht Stunden Schlusskurse über 18.040. Und dann ist hier als nächstes diese Zielzone hier fällig. Damit kommen wir zum Russell 2000 und da ist aktuell ganz klar die Stärke. Wir haben zuletzt auch darüber gesprochen, auf der einen Seite dieser Aufwärtstrend, auf der anderen Seite das Level von 2000 und acht Punkte drüber ist der Russell 2000 übergeordnet. Bullish vor allen Dingen jetzt hier auch herrlich nach dem Rücksetzer ausgebrochen aus dem 23er, keine Kurse mehr drunter, ausgebrochen aus dem 38er. Und jetzt heute sind wir hier aus dem 61er, 65er Fibonacci ausgebrochen. Und wo finden wir Widerstand? Sogar mit einer Doji-Kerze im Vier-Stunden-Chart, genau zwischen dem 78er und 88er Fibonacci. Über den 2053 und natürlich jetzt hier über dem Top dieser kleinen Vier-Stunden-Doji-Kerze dürfen wir sehr, sehr gerne wieder Schlusskurse sehen. Und danach geht die Rallye weiter und das haben wir übergeordnet jetzt hier seit Tagen auf dem Schirm als Ziel. Das ist die Zielzone hier oben zwischen 285 und 2114 Punkte. Das ist dann wieder das Top von diesem Trendkanal. Und da müssen wir eben dann wieder mit Gewinn, Mitnahmen rechnen. Und wie gesagt, so ein bisschen ist das hier auch wieder ein Trigger, wo ich dann vorsichtig werde, so ein bisschen am Gesamtmarkt. Der Russell hat es uns hier oben auch zuletzt gezeigt. Da gab es hier nochmal dieses Top und danach ist nicht nur der Russell, sondern eben auch der Gesamtmarkt ein bisschen gedippt. Das war dann unmittelbar vor den Inflationsdaten. Und jetzt haben wir eben wieder eine Situation, wo der Russell sich verausgabt, wo der Russell dann wieder in die Nähe von Widerständen kommt. Und das müssen wir eben abwarten, ob das dann wieder ähnliche Gewinn, Mitnahmen triggert. Deshalb extrem bullish. Man kann das wirklich nicht anders sagen, aber das müssen wir jetzt mal abwarten. Wäre, wenn das Ganze hier im Rahmen von diesem Trendkanal jetzt hier als Partial, die kleinen durchgeht, also als deutlich höheres Tief. Das wäre unfassbar bullish für die Nebenwerte. Das muss man wirklich dazu sagen. Aber da bräuchte es meiner Meinung nach auch wirklich nochmal einen externen Trigger. Da bräuchte es wirklich extrem kühle Inflationsdaten oder möglicherweise einen Hinweis der Notenbank, dass wir wirklich im März schon wieder mit Zinssenkungen rechnen dürfen. Oder schier die Lust des Marktes, das wieder einzupreisen. Dann könnte es hier einen Breakout geben und dann kann er wirklich nach oben schmelzen in Richtung 2200, 2300 Punkte der Russell. Ansonsten handeln wir weiter. Diesen Trendkanal und das zeigt uns jetzt zwei Dinge an. Natürlich ist das jetzt hier für mich kein frischer Kauf mehr beim Russell. Das hat man hier im Rahmen der Supports. Und auf der anderen Seite bereiten wir uns dann hier, wenn er uns noch ein bisschen mehr Aufwärtspotenzial zeigt, dann durchaus auf gewisse Gewinnmitnahmen vor. Wir kommen zum deutschen Aktienindex und das ist wirklich bärenstark, was wir hier sehen. Übergeordnet diese horizontalen Levels. Wenn sie den Breakout triggern, dann gibt es hier auch in der Regel einen Short Squeeze. Wir haben gestern zuletzt darüber gesprochen. Hier diese kleine Konsolidierung, aufsteigendes Dreieck. Heute wieder entsprechend der Breakout. Ich finde es herrlich. Ich muss wirklich dazu sagen, auch technisch sehr, sehr sauber. Der DAX ist natürlich jetzt schon weit vorgedrungen hier in die Zielzone. Hat jetzt heute auch meine große Zielzone hier oben berührt mit den 17.550 Punkten. Müssen wir jetzt abwarten. Wie gesagt, das ist hier jetzt auch wieder kein frischer Kauf. Wer jetzt wieder kurzfristig was machen möchte, der muss abwarten. Entweder eine Seitwärtskonsolidierung oder einen Dip abwarten. Entsprechend danach wieder einen Breakout versuchen zu handeln, um eben hier diese kleinen Stücke nach oben entsprechend mitzunehmen. Aber auch über eine gewisse Abkühlung dürfen wir uns jetzt hier nicht wundern beim DAX. Und wie immer kann er jetzt von hier aus diesem Impuls zu Ende gehen lassen. Danach Konsolidierung abwarten. Entsprechendes Pattern abwarten, was uns diese Konsolidierung anzeigt. Zuletzt war es ein Falling Wedge. Jetzt war es ein aufsteigendes Dreieck, um dann entsprechend hier die Breakouts handeln zu können. Denn in so einem massiven Aufwärtstrend gilt natürlich auch, the trend is your friend. Hier in diesem kleinen Bild muss man aber dann wirklich schon ganz genau wissen, was man macht. Und eben idealerweise oder auf keinen Fall dann vor allen Dingen in solche Impulse hinterher springen. Wir kommen zum Hunk-Seng-Index. Und hier wird es jetzt gerade ein bisschen fummelig mit diesem steileren Aufwärtstrend. Da gab es einen Dip drunter, genau auf den Support der Bollinger Bänder. Von hier wieder einen Shorts Quiz. Aktuell ist dieser Trend wieder intakt. Also man sieht, die Käufer sind hier im Markt. Die sind hier beherzt dran und kaufen wirklich auch kleinere Dips. Über 16.800 Punkte ist mein Ziel. Jetzt erstmal 17.200. Da müssen wir auf der linken Seite auf den Widerstand achten. Drüber dann die 200-Tage-Linie und die 18.000. Und vor allen Dingen der gewaltige Abwärtstrend. Und wie gesagt, das hatten wir aber auch schon seit Tagen besprochen. Dieser Trend hier kann halten. Wunderbar, wenn er hält, dann gehen wir direkt auf 17.300. Wenn er allerdings brechen sollte, dann gibt es halt hier nochmal einen Backtest. Was hier Wochen- und monatelangen Widerstand war, kann dann hier entsprechend zum Support werden. Wichtig, das gilt langfristig. Keine Kurse mehr beim Hunk-Seng-Index unter 16.000 bis 16.100 Punkte. Wir kommen zu den Einzelaktien und wir beginnen mit Plug Power. Und hier müssen wir im 4-Stunden-Chart schauen, was die Aktie gemacht hat. Denn das ist wirklich faszinierend. Wir haben auf der linken Seite diesen großen Abwärtstrend, der den letzten absoluten Meltdown getriggert hat von Plug Power. Wo wir auch in dessen Rahmen hier unten beim Corona-Tief uns Kurse abgeholt haben. Von hier gab es eine Rallye um 140%. Aber es gab dann auch einen Abverkauf um 45%. Und das musst du dir anschauen, ansonsten glaubst du es nicht. Breakout aus dem Abwärtsrad und schau dich diese 4-Stunden-Kerze an. Das ist Wahnsinn, wie perfekt der Markt hier den Breakout gebacktestet hat als Support. Und jetzt von hier parabolisch ansteigt. Wunderbare Preis-Action hier bei Plug Power. Man kann das nicht anders sagen. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wir haben uns auch von der Rallye hier entsprechend das 78er Fibo abgeholt. Wunderbar. Jetzt zeichnen wir uns hier allerdings, muss dazu sagen, den zeichne ich ein bisschen großzügiger ein, dass wir hier wirklich einen Widerstand auf dem Schirm haben, der uns dann ganz klar entsprechend auch anzeigt. Wo wir bitte vorsichtig werden bei Plug Power, wenn sich die Rallye hier jetzt entsprechend fortsetzen sollte. Wir zeichnen uns hier die Downside ein, haben entsprechend 23er auf dem Schirm. Und vor allen Dingen auch die Zielzone 38er bis 61er. Das sind hier die Bereiche zwischen 3,70 und 4,25. Und das ist genau hier im Bereich von diesem Abwärtstrend. Da wären wir bitte spätestens vorsichtig. Und was ich jetzt hier kurzfristig, das ist ein historisches Level, nicht mehr sehen möchte. Kurse unter 3,20. Impuls kann jetzt hier korrektiv ein bisschen seitwärts gehen. Dann möchte ich einen Impuls sehen in Richtung 3,80. Und richtig spannend wird es werden, wenn wir hier ausbrechen. Dann sehen wir eine Plug, meiner Meinung nach, im Bereich auch wieder um die 5 US-Dollar. Und wie gesagt, von dieser Downside des 23er Fibo ist hier bei 3,38. Da sind wir jetzt gerade mit der aktuellen 4-Stunden-Kerze ausgebrochen. Darf hier noch ein bisschen konsolidieren. Aber dann dürfen wir gerne weitermarschieren in Richtung hier auf der linken Seite sehen wir dann auch Widerstand. 38er bis 50er genau am Abwärtstrend. Und richtig spannend wäre es dann, wenn wir quasi hier nochmal konsolidieren und dann nochmal einen Impuls dransetzen. Und vor allen Dingen über 4,35. Bodenbildung, sowas sprechen wir jetzt mal noch nicht an bei Plug Power. Wir wissen, dass wir hier im Rahmen vom Corona-Tief die Aktie auf dem Kanal auf dem Schirm hatten. Jetzt hier entsprechend der Backtest. Das sieht nicht schlecht aus. Ob es hier der finale Boden war, müssen wir abwarten. Auf jeden Fall sehen wir aktuell eine spannende Preis-Section. Und Plug hat jetzt hier durchaus noch Aufwärtspotenzial um die 15% zum Abwärtstrend. Und möchte jetzt die Aktie, wie gesagt, nicht mehr sehen. Unter 3,20 Dollar. Tiefstens hier auf der linken Seite gab es so ein leichtes Blick drunter. Aber keine Kurse mehr, muss man sagen. Unter 3,10 Dollar. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu Tesla und da sehen wir heute eine Preis-Section, die wir, muss man sagen, hier mit unserer Projektion auch wieder auf dem Schirm hatten. Aber eher im Umfeld, dass ich hier generell Widerstand einfach sehe bei 204 bis 206, 209 US-Dollar. Da muss uns die Aktie jetzt wirklich erstmal beweisen, dass sie ausbrechen kann. Danach gibt es einen Shorts-Quiz in Richtung 220, 240. Das haben wir dann auch ganz klar auf dem Kanal natürlich auf dem Schirm hier oben. Wichtiges Target von der Downside, die 61er und 65er Fibuzone. Das sind 230 bis 233. Vor allen Dingen hier dann auch in Kombination mit der nahezu seitwärts laufenden 200-Tage-Liehen. Das ist ein brutaler Widerstand, wenn es hier zu einem Shorts-Quiz kommt. Der aktuell, muss ich sagen, nach wie vor so ein bisschen mein Primär-Szenario ist. Vorher kann es hier aber nochmal volatil werden. Was wir bräuchten, wäre jetzt wirklich diese Bewegung. Kommt nochmal runter, holt dir meinetwegen ein weiteres Mal einen Berührungspunkt ab an diesem Aufwärtstrend. Wenn wir ihn brauchen, weil hier einfach noch nicht genug Kaufdruck drauf ist. Alles klar, dann sammeln wir hier nochmal ein bisschen Liquidität ein am Trend. Aber dann darf es eben gerne hier zu diesem aufsteigenden Dreieck kommen. Was hier Widerstand war, beziehungsweise was hier Support war, danach zum Breakdown geführt hat. Jetzt Widerstand wird, muss dann zum Breakout werden. Dann idealerweise nochmal zum Support und dann gehen wir steil in Richtung, wie gesagt, 230, 200-Tage-Linie. Möglicherweise auch großer Abwärtstrend. Und was wir absolut nicht mehr sehen wollen, weil ansonsten haben wir jetzt hier einen Doppeltop im Chart. Bitte auf dem Schirm haben. Das ist jetzt hier ganz klar der Trendbruch. Bei Tesla eigentlich keine Kurse mehr unter 194 US-Dollar. Wenn es wirklich Intraday ganz aggressiv abgehen sollte und wir wirklich einen Dip bekommen hier in dem Bereich 188, der muss aber gekauft werden. Keine Tagesschlusskurse unter 194 und vor allen Dingen kein Breakdown mit backgetestetem Widerstand an diesem Aufwärtstrend. Aufwärtstrend ansonsten müssen wir hier mindestens mit einem Backtest der Tiefs rechnen, aber potenziell auch mit dieser Zielzone an der Downzeit bis zu 150 US-Dollar. Muss aber dazu sagen, aktuell bei Tesla auch noch alles in Ordnung und vor allen Dingen auch diese Konsolidierung hier, die hatten wir durchaus auf dem Schirm. Wichtig, keinen Trendbruch bei Tesla. Und der Markt ist heute so bullisch, dass sogar PayPal uns wieder ein Plus zeigt von einem Prozent. Da gehen wir langsam aber sicher jetzt schon in eine gewisse Übertreibung rein. Nein, Spaß beiseite. PayPal zeigt uns hier eine Preissection, die durchaus freundlich ist, aber auch noch nichts bedeutet aus bullischer Sicht. Wir brauchen hier klar den Breakout aus der 20, 50 und 200-Tage-Linie. Das ist hier das Cluster, wo die Aktie ausbrechen muss. Wir sind jetzt im Gegenteil wieder an dem Abwärtstrend dran. Habt das bitte auf dem Schirm. Und wir testen jetzt hier auch langsam aber sicher diese Kurslücke zur Downzeit von den Earnings als möglichen Widerstand. Wichtig wäre hier ganz klar auf dem Schirm zu haben, dass wenn wir hier ausbrechen, ist kein Widerstand, weil hier eine Kurslücke ist. Und das kann dann eben durchaus Geschwindigkeit reinbringen. Ideal wäre danach ein Backtest der 200-Tage-Linie als Support. Und für das große Bild sind wir nach wie vor hier in einer Situation, wo das ein Impuls war, jetzt hier die Korrektur aufs 61er und 65er Fibonacci stattgefunden hat. Aber dann musst du hier jetzt auch Gas geben. Das ist im Prinzip die Bullenflagge von PayPal. Hier müssen wir ausbrechen, um dann wirklich einen neuen Impuls zu triggern. Und das ist eben auch aktuell hier nachvollziehbar, dass der Markt ein bisschen Schwierigkeiten hat. Wir sind jetzt hier wirklich, muss man sagen, drauf und dran am absoluten Kernwiderstand bei PayPal. Was wir hier bräuchten, wäre ein Impuls jetzt um circa 3, 3,5, 4 Prozent. Dann brechen wir hier aus, aus diesem Abwärtsrend. Und dann kann sich das Ganze hier entsprechend fortsetzen. Eben auch entsprechend dann die Fortsetzung der Rallye-Triggern nach dem ersten Impuls. Korrektiv-Impuls. Wichtig, weiterhin gilt und jetzt möglicherweise mehr denn je, weil uns die Aktien natürlich, wir sehen jetzt marktbreit Short-Squeezes. Komm, PayPal, gib Gas und mach bei den anderen Aktien entsprechend mit. Weil ansonsten haben wir halt wieder die Situation, jetzt ist gerade der Zeitpunkt, wo die Nebenwerte explodieren. Wenn jetzt eine PayPal hier pennt und wir sehen danach eine Korrektur bei den Nebenwerten, dann schraubt sich die PayPal halt nach unten und testet hier letzten Endes den Doppelboden. Was ich hier sehen möchte, was der Markt hier sehen muss bei PayPal, ist jetzt wirklich über kurz oder lang hier ein Impuls in Richtung 70 US-Dollar. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.